So, hallo und herzlich willkommen hier bei Age of War. Wer kennt's nicht? Jeder hat's mal gespielt. Ähm, ja, und dann würde ich auch sagen, wir spielen einfach gleich mal eins dieser schönen Sachen. Ich nehm mal Normal. Und schon fängt die Musik an. Sorry, dass es hier etwas abgeschnitten ist. Ähm, ja, kann ich jetzt aber nichts gegen tun. Als erstes mach ich mal hier unsere Special-Fähigkeit, auch wenn die jetzt etwas verschwenderisch stand. Ist, weil es keinen getroffen hat, oder was? Ah, okay, einer hat's getroffen. Wow. Zwei Übilds, gut. Machen wir mal ein Dino. Und ein paar von diesen. Naja, auf jeden Fall ein cooles Spiel, muss ich echt sagen. Das ist, äh, pfff, schon immer im Unterricht, im Unterricht, wenn man, was weiß ich, was machte, ist das eigentlich immer gut gewesen zum Spielen. Ich weiß gar nicht, wie viel XP wir brauchen. 4.000 zum nächsten, okay, interessant. Gut, ähm, hier, machen wir doch zwei von diesen Teilen. Okay, ja, und weil es auch ein aufwändiges Spiel ist. Toll. Komm schon, Kills. Ja, okay, so eine Reihenfolge wäre eigentlich auch ganz gut. So ein, so ein. Dann kommen. Ja, und dann noch ein Dino. 4.000. Das ist deren Ernst. Okay, kaum mehr, das kriegen wir hin. Komm, hier müssen auch welche runterfallen. Perfekt. Toll. Wie es einfach bei uns dann vorbeigeht, aber bei denen dann gekillt wird. Die dann gekillt werden. 4.000. Man braucht, äh, man wird lange im Mittelalter fest. Man setzt wirklich lange im Mittelalter fest. Musste ich gerade feststellen. Naja, auf jeden Fall ist das ein cooles Game. Das hat man früher immer gespielt, wenn man halt, äh, keine Ahnung, wenn man im Unterricht war. Und dann konnte, kannte man halt auch kein anderes Spiel, also man kannte schon andere Spiele, aber das war eins, der immer ganz gut angekommen ist. Sag ich jetzt mal. Ich nehme mal wieder ein paar Dinos. Das heißt, was wir machen können, ist hier dieses Plus, das kostet 1.000. Oh mein Gott. Können wir uns eh nicht leisten. 4.000. Ist schon fast fertig? Ja, jetzt. Jetzt warten wir einfach, aber. Weil wir haben ja jetzt hier eigentlich genug Leute, ne? Die haben echt viel Leben, wenn man das mal so betrachtet. Oh, tot. Okay. Okay. 2.395. Kriegen wir eigentlich auch was, wenn wir... Weißt du was? Ich lasse die jetzt einfach mal. Und dann lasse, ähm... Nehme ich einfach meinen Special-Effekt. Mein Special-Power, so etwa hier. Ich lasse die jetzt einfach ein bisschen rüberkommen. 3, 2, 1... Go. Nein, schon dieses Wackeln. Okay. Verarschen. So, ich wollte gerade sagen, der wird nicht getroffen. Perfekt. Ähm, ja, holen wir uns doch ein Dino. 3.364, bedeutet, wir haben das bald. Oh. Seht ihr das, was ich sehe? Hier sind Löcher an meinem Rand. Die habe ich natürlich jetzt nicht bearbeitet. Sorry. Nicht schlimm. Merkt man eh kaum. Ja. WTF. Die haben sich einfach so ein fettes Ding geholt. Au. Tja, unser Spezial-Special-Fiju-Ding ist noch nicht fertig. Können wir so lange warten? Nee, ne? Nur ist einfach ein Dino. Kommt zum Spezial-Special-Special. Perfekt. Und jetzt können wir theoretisch auch gleich... Perfekt. Die haben die schon? Verarschen. Also wirklich. Oh. 500. Holen wir uns doch zwei. Tausend. Krass. Jetzt kommt die Liter-Zeit. So in etwa. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hm, man muss gar nichts machen eigentlich. Nur warten. 500 kostet der, ne? Achso, wann ist denn das nächste? 14.000, okay, kriegen wir hin. Hm, tot. Komm schon, warten wir wieder ein bisschen und benutzen unsere Special Features. Jetzt, komm, 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 komm. Jetzt haben wir 1287 einfach mal. Kann man eigentlich auf Pause drücken? Oh, ja, kann man. Interessant. Komm schon, Kaleen. Match. Mensch, das hätte er doch hinkriegen können. Oder so ein Knight. Knight Rider. Damit ist natürlich Nacht gemeint, nicht König, ne? Dann möchte ich was. Hm, 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 hm. Tot. Okay, das sieht recht unlogisch aus, aber okay. Lass es nicht gelten. So. 14.000 machen wir, richtig? Ja, das geht. Hm, hm. Also er wird da verrecken gleich. Ich bitte es bei einem Stich von dem. Okay, und jetzt machen wir gleich unser Liebes Special. 3, 2, 1, jetzt. Ist doch recht knapp hier schon, ne? Perfekt, so. Nicht schon? Nein. Gut. Komm schon, 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 ja. Ja. Krass. Sind die schon weiter? Nö. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Den kriegt er doch weggefetzt. Komm. Muss er doch weggefetzt kriegen. Krass. Oh, der lebt noch? Okay, interessant. Interessant. So könnte man ihn ja so im Leben behalten. Ähm, ja. Und damit würde ich auch sagen, das wäre dann dies mit dieser Folge. Ähm, ja. Der Part 2 davon. Kommt dann halt in der nächsten Folge Flash Games. Bis dahin. Ciao.